Hallo und Herzlich Willkommen zum ersten Video des Kanals. Regina und Olga wollten einen Laden eröffnen, nämlich einen Blumenladen, weil die beiden sich sehr gut mit Blumen aufstellen. Also heute zeige ich euch einen kurzen Ausschnitt, wie sich der Laden aufbaut. Hier seht ihr ihn ganz am Anfang. Und so ist er jetzt. Der Laden öffnet im September. Den genauen Tag wissen wir noch nicht. Aber es werden sehr schöne Blumen da sein. Es steht in der Friedrichstraße, Kronenstraße 55 bis 57. Bald sehen wir uns im Laden. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann.